Das gab es damals für bezahlbares Geld, vielleicht so 15 Mark oder so. Also es hat wirklich einen Haufen Funktionen. Von Zange bis Säge bis Angelhakenentferner. An dem Teil ist wirklich alles dran. Wirklich für ein schwales Geld. Man muss ja nicht das Original kaufen. Diese kleine Kette hier hinten mit dem Karabinehaken war dran. Also für den Schlüsselbund ist es eigentlich zu groß. Ich habe es dann mit der Kette verlängert und an der Hose befestigt. Die Säge ist wirklich scharf. Verschränkte Zähne. Das ist wirklich sehr scharf. Auch hier die Zange. Feder unterstützt. Ach, da kann man gar nicht meckern. Klerschraubendreher ist bei. Die verschiedenartigsten kleinen Klingen. Nagelfeile. Ach, was weiß ich. Das einzigste was über die Jahre fehlt, das ist hier dieser kleine Zahnstocher. Die Pinzette. Wirklichkeit. DasBC-